Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von der AC-Freundin Bayerwald. Ja, Servus. Wir sind hier auf dem wundervollen Flugplatz von den Bleibachern. Hat sie sich einen Namen von dem Club? So, Bleibach oder... MFG. M... Modellfluggruppe. Also mit freundlichen Prüsen. MFG, Bleibach. Genau, da sind wir. Nach dem Intro geht es aus. You can feel this energy. So, jetzt sind wir schon vorbei. Ja, ja. Ich sag schon. Jetzt geht es los. So, den haben wir jetzt leider nicht zum Laufen gebracht. Amiwi, Skyrunner. Wir haben hier beide Profis als absolute Amateure. First Flight. Ich habe einen Fluglehrer engagiert. Weil ihr habt im letzten Video gesehen, am Simulator keine zwei Meter weit geflogen. Simulator-Testdinger sind nicht so gut ausgefallen. Aber es wird hinten ein bisschen, glaube ich. Ich hoffe es. Seid ihr gespannt, wie es weitergeht? Rudi ist schon viel in der Materie drin. Schau schon so ernst. Der weiss schon, was auch wärm zu haben. Ich bin natürlich auch noch vorbereitet. Weil ich brauche da eine Sonnenbrille, haben wir uns gesagt. Ja, ja, schon. Weil es die dreckig. Am besten die polarisierte. Da ist der kranker auch, der dreht mich brav. So. Aha. Stylisch. Jetzt bin ich ein Pilot. Aber das Flugzeug geht trotzdem nicht. Ja genau. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich will mir den zum Lachen bringen. Skyrunner V3. Irgendwann startet er nicht durch. So. Dann schauen wir uns mal das Ding an. Schaut ihr mit Pferdstellung an? Wie schaut man die? Also ihr wollt jetzt quasi im Lehrer-Schüler-Verbund fliegen? Ja, so wär der Plan. Ja krass. Wenn der Flieger hieß, Funke, hängen wir da noch auf. Scheiße bitte, ist egal. Ein bisschen nervös bin ich, weil ich schon. Ja. Was? Wollt ihr das nicht sein? Ist der Rudi nervös? Ist die Frage. Achso, ja. Er ist auch nicht nervös. Jetzt schauen wir, dass du mir überhaupt geholt. Ja. Wollt ihr gleich loslaufen? Ich bin mit den Knüppeln da schon überfordert. Schaut echt kompliziert aus. Schaut es euch nochmal an. Wer weiß, ob er lange so schön aussieht. Der hat mit 3S, oder? Überschubbelglas ist. Weiß nicht. Was hast du für ein Problem? Jetzt hat er da auch ein Tesa-Fund-Uniform. Erstmal ist der Handspieler vor. Jetzt schauen wir ihn her. Was? Jetzt schauen wir ihn her. Wenn du mal froh bist, nicht? Dann braucht der Flieger auch so ein Tesa-Fund-Uniform. Schwenken wir zu seinem Flieger. Nein, das ist kein Fahrzeug. Oder das Flugzeug. Das zeigt mir doch fast gar nicht. Jetzt geht's los. Rudi, was hast du gesagt? Schau, Professionellas. Vorne machen, oder? Machst du das Video, oder? Mir ist egal. Aber den Rest habe ich fertig. Wie er am Boden kämpft und alles. So, ich bin jetzt offiziell angetragen als Pilot. Maverick der Zweite. Und? Geil. Geile Aufnahme. Ja, Mann. Ich meine, da fliege gerade im Flugzeug vorbei. Mega geil. Also, wenn ich den Heiler hinten habe, dann holen wir auch noch so einen Fighter da. Du weißt aber schon, dass du den da hinten gerade steuerst. Ach so? Das ist irgendwie so komisch. Weißt du, was das Geilste ist? Schau mal. Ich kann fliegen mit dem da hinten, ohne dass ich hinschaue, oder? Das sind Profis. Looping. Na ja, fast. Das ist eine Rolle. Das ist ein 2. Das ist ein 1. Sobald ich die Höhe machen, mit dem da, oder? Ich hab mir auch rausgekommen. Also, so grob. Schauen wir noch mal. Starten da, oder? Ein wenig besser jetzt, ja. Das geht nicht mehr weiter, nicht? Nein. Hier hat er vielleicht auch einen Rengel. Ja, jetzt fliegt das Ding, wenn man von sich aus nicht lebt. Ja, weil man alle Höhe, wenn ich nicht nach hinten ziehe, oder? Ja, ja. Hast du grundlegende Ahnung, Andi? Das ist schon mal... Ah, nein! Mach lieber... Mach lieber hoch, ja? Mach lieber höher. Mach lieber höher. Jetzt gib ich den mal. Jetzt gib ich den mal. Dann lässt er mich grundlegend. Lässt er dann den Finger voll. Und schaust einmal, wo er reagiert, wenn es das noch spürt. Mit dem linken Stick. Vier. Mit dem linken Stick hast du gerne, oder? Kannst du gar weh? Mit dem linken Stick. Genau, links. Schau, den nennen wir mal. So ist das. So, jetzt hast du ihn du wieder. Linken Stick, grün, und jetzt kannst du quasi die Rechten neigen. Den rechten Höhenruder und Seitenruder, genau. Ja? Warte, noch mal. Ich glaube, ich bin kein Pflück für ein Pflücker-Spezialist, oder? Pflück! Aber, geil, Jürgenau. Pflügen gut? Du pflügst nicht, oder? Nein, jetzt pflügen, jetzt pflügen auch ich gerade. Dann brauch ich bloß voll einen Schlag nach hinten. Voll kannst du gut. Und dann voll geht's, oder? Du bist ein Mann der Extreme, nicht? Ja. Bist du bereit? Dann schalt dich um. Ja, dann hast du ihn da wieder. Ja, das kann ich. Ja, das kann ich. Ja, sehr schön. Sacramenta. Hey, hast du gesehen? Ein Sturzblut. Oh, ein Legenruder. Ey, Scheiß, das ist echt schwer. Also, wenn er ganz oben ist, ein Looping machen, das kann ich. Ja, da ist eigentlich nichts dabei. Nein? Das Tagesziel ist schon erreicht. Das Tagesziel ist schon erreicht. Ja, da drin ist. Wer wollte einen? Bist du bereit? Dann hast du ihn da wieder. Binge ein Hälschen. Scheiß. Oh, fuck. Das ist echt schwer. Ich glaube, ich würde keine Lüge, oder nicht? Fuck, ist das schwer. Also, wenn du das heute beim ersten Mal gehandelt hast, dann würde ich das sofort aufhören. Das ist echt schwer. Ja, gut, noch ist so gut. Nein, das ist... Nein, das ist... Das ist eigentlich nicht möglich, dass du das, wenn du das vorhin noch nie gemacht hast, auch so aufhören kommst. Das ist echt schwer. Ja. Bist du bereit? Ja, da passen sie wieder. So, ich habe keine Telemetrie gesehen, weil ich auf dem Bolschen Center geschaut habe. Zeug. Die sind gut. Andi, ich glaube, ich fahrrad, wir gehen auch wieder. Wie sagt er so weh? Oh, ich bin nicht mehr rüber. Okay, ich bin nur gew Jahren, wenn er um ist. Jetzt kommen wir mal ein Wohltag mal. Okay, also nur noch ein Wohltag. Sag mal, ey. Wenn die Steilkleistern gelohnt, dann wischen sie ein bisschen nach. Also ich würde sagen, jetzt gebe ich dir noch einmal und dann baust du die Höhe geschmeidig ab. Und dann warten wir. Aber irgendwann ist Spaß, Warte mal, ich da mal noch ein. Jetzt nur noch du. Jetzt kann ich nicht mehr garantieren, dass ich mich da habe. Danke. So wie die Lehrerfunktion ist das schon eine gute Überlebenschanze von den Pflügern. Ansonsten hätte er keine Überlebenschanze. Bei mir nicht. Sehr schön haben wir das gemacht. Haben wir einen guten Pflug vor? Das habe ich erlebt noch. Der Pflug ist noch ganz. Der Pflug liegt wahrscheinlich am Lehrer, weil ich habe ihn halt nicht zerstört. Geile Nummer. Fuck, das ist echt schwer. Respekt auch. Jetzt sehen wir dann gleich, warum da so viel Tape dran hat. Daniel, ich bin bei dir. Da würde ich moralisch unterstützen. Er ist sehr begeistert davon. Daniel, bevor du das loslegst. Willst du noch mal anschauen? Wir haben uns festgestellt, dass du losgabbar werden. Weil landst du? Am Bauch. Also, darum das gehalten. Okay. Und Action. Boah, sauber. Der hat aber mehr Pflug, wie der Maik. Genau in die Zone. Der geht aber ganz schön flott. Alter. Nein. Was? Boah, schau rein. Rally ist der schnell. Jawohl. Jawohl. Okay. Geile Nummer. Das wird schwierig. Darf ich den auch mal fliegen? Nein. Ich brauche die Radeln. Der geht echt gut. Für das, dass er schon 25 Jahre alt ist und vor 40 Jahren das erste Mal gelebt worden ist, fliegt er gar nicht so schlecht. Das ist quasi so ein Scheunenfund, Flieger. Geil. Er hat schon was, gell? Er geht schon so. Ich glaub, so was wird mein zweiter Flieger. Jetzt mal zuerst einen anderen beherrschen und dann kaufen wir ihn sich. Wo macht man das? Was? So eine Drehung? Da brauchst du ein Gewehrruder. Das hat deinen ... Ah, da hat der Gewehrruder. Alle hat mein Gewehrruder. Dann musst du ein Gewehr setzen. Du musst das Gewehr rudern. Du musst den Gashebel auf den Seitendrucker. Vollgas? Dann macht er da eine Rolle. Ja, aber wir wollen voll dann da nicht runter. Weil der Gas gibt. Ah, okay. Mal in Ruhe sein. Ludi, wo macht man eine Rolle? So, jetzt fliegt mein Lehrer. Schau dir das mal hoch. Ja, weil ich noch hinmau, nicht? Aber der könnte das um einiges größer. Ja, ich muss es jetzt erst mal ein bisschen rachen. So, wenn ich mich nicht aus den Griffen will, ich will ja mal so erster. Das ist richtig. Da muss der, da muss der Henkel kommen. Da muss der Henkel kommen. Ich glaube, da ist noch Übungsbedarf. Da muss der Henkel kommen. Ich glaube, der ist doch minimal. Ich glaube, der ist immer vom Daniel nicht leer. Ich glaube, wir schalten den Simulator wieder hin. Ich glaube, der ist schneller zum Ziel. Der hat einen besten Spruch gerade abgelassen. Ein guter Flieger langt bloß drei Schritte vor ihm weg. Ich weiß nicht, was passiert. Aber wenn da der Strom nicht mehr klappt. Ja, der geht schon. Ja, der geht schon. Ja. 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 Ja, leider haben wir es nicht gefilmt, aber er ist voll in die Baumkrone reingeflogen. Dann bringen wir ihn wieder runter. Da brauchen wir einen Stecker. Einen Spinnenbesen drauf. Stimmt. Aber den beschissenen kannst du da gar nicht mehr bringen. Der hängt ja so richtig vorwärts. Und dann kann man voll Gas geben. Etwas für die Richtung. Ja, sie sind dran. Ja, ja. Ich sehe es. Kommt schon. Oh. Nicht oder? Ist ja kaputt. Ist schön draußen runtergegangen. Aber top in Schuss. Am ewig. Good quality, ne? So. Fliegerbergung. Ist beendet. Wir fahren uns auch rein wieder zusammen. Schauen wir mal, ob wir ein heiß bin. So. Zweite Runde. Schauen wir mal. Ich hab dich aufgeregt. Hey, ich war beim ersten Mal aufgeregt. Ich hab alles schon wieder verloren. Also der Rudi kann ihn aus den unmöglichsten Situationen wieder befreien. Ja. Ich bin mümi zumindest. Ja, schaut ziemlich gut aus. Der braucht komischerweise die Trimmung. Ja, Wahnsinn. Ein ganz bisserl drauf. Höhen. Also ein bisserl, wenn wir tiefe trimmen. Ja, gut. Das ist ja gut. Aber nicht. Ist nicht schlimm. Aber er schaut schön nicht geil aus, wenn er in der Luft ist. Gell? Man muss schon sagen. Ab ich noch ein bisschen. Danke. Tobi, übernimm dir die Trimmung vom Lehrersender und übernimmt der Schüler automatisch. Echt das? Der hat ja bei mir gerade flückt und bei Mani dann hoffentlich auch. Nein, nein. Du warst doch gut. Okay. Bist du bereit? Ja. Dann hast du ihn jetzt. Jetzt haben wir nichts anderes. Jetzt haben wir nach rechts oder links. Schönen und um. Und jetzt wird der Gängst. Ja, genau. Ja, alter. Geil. Wenn du das sagst. Und noch. Ja. Schönen und um. Ja. Ja. Ich wollte schon fast eingreifen, aber ... Scheiße. Das ist so schwer. Nehmen wir mal durch. Ich komm schon zu nahe da runter. Ja. Jetzt ist das ohne dem Lehrerpult da gelernt oder was. Das ist ein Wahnsinn. Nein, das war nicht ich. Geil, hab's geschaut. Mach mal irgendeinen coolen Move. Was er überhaupt kann, das Ding da. Jetzt schauen wir mal, ob das Drum im Rücken geht. Schauen wir mal. Oh fuck. Ja, Geld. Oh fuck. Oh fuck. Wir haben ja keinen Messerflug. Na echt? Da glaubst du kein Messer. Wahnsinn. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Okay. Also man sagt auf alle Fälle, wenn ich noch hinmau, nicht? Die andere Richtung auch noch. Du sagst du da mit Vollgas? Nein. Okay. Aber das blieb schon schön, gell? Also so. Schon hin? Super. Ein Looping finde ich am geilsten. Also noch den Bund hat mich den jetzt nicht dran. Jetzt vielleicht besser drauf. Ganz ein Smooth ineinander. Oh nein. Oh Scheiße. Jetzt fahren wir noch mal rein. Dann kommst du noch rein. Dann kommst du noch rein. Ja, dann machen wir noch mal rein. Aber du machst erst ein wenig Höhe. Das ist gut. Ja. Ja, ja. Es ist glaube ich ein bisschen schwächer geworden schon. Ja. Und Vollgas und rundum damit. Und jetzt gehst du ein wenig Druck in einem. Geil oder? Ja. Passt. Jetzt da noch runter. Jetzt da noch runter. Jetzt da noch runter. Ja. Ja. Jetzt da noch runter. Okay. Jetzt da noch runter. Ja, das ist ein kleiner Anbängerflieger. Voll geil. Schau hin. Ja. Voll, hat der Daniel gesagt. Also ich würde sagen, das war eine geile Nummer. Also ich sage mal Merci. Ich hoffe, wir machen das noch öfter. Schon schon. Weil ich glaube, ohne so einen Lehrer bringst du das nicht hin. Also so souverän, dass er ganz bleibt. Also das Ziel ist eigentlich auch. Ja, genau. Das Ziel war, dass ich einen Looping schaffen. Den hab ich geschafft. Schon? Ja. In diesem Sinne. Auch Träumfreunde. Ihr könnt ja noch zwei weitere Videos anschauen. Bleibt dran, seid gespannt. Peace. Geile Nummer, Alter. Fuck. Das war eine geile Landung. Hast du das gesehen? Ja. Stimmt.